Hier haben wir drei Bananen. Eins, zwei, drei. Diese drei haben wir also schon. Jetzt möchte ich mehr Bananen zu diesen dreien hinzufügen, sodass ich am Ende zehn habe. Ich fange mit drei an und möchte am Ende zehn haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Welche Anzahl an Bananen muss ich also zu den dreien hinzufügen, um zehn zu erhalten? Drückt doch mal eben auf die Pausetaste und versuche das alleine herauszubekommen. Jetzt machen wir es zusammen. Lass uns einfach mal Bananen hinzufügen. Also hier sind schon drei. Wenn ich eine dazu gebe, dann haben wir schon vier. Das ist meine vierte Banane. Hier kommt die fünfte Banane. Dann die sechste. Die siebte Banane. Eine achte Banane hier. Gefolgt von einer neunten Banane. Und zu guter Letzt eine zehnte Banane. Wie viele Bananen habe ich dazugegeben? Ich habe eine bestimmte Anzahl hinzugefügt, sodass es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sind. Wie viele habe ich zu den dreien hinzugegeben, um eine Summe von zehn zu erhalten? Ich wollte ja gerne diese Summe von zehn Bananen hier haben. Lass uns doch einfach mal zählen. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe sieben Bananen, genau sieben Bananen, zu den ersten drei Bananen hinzugefügt, um zehn zu erhalten. Drei plus sieben ist gleich zehn. Du kannst hier schön sehen, dass die Anzahl von Bananen links vom Gleichzeichen der Anzahl an Bananen rechts vom Gleichzeichen entspricht. Auf der linken Seite sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Bananen. Und auf der rechten Seite sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Bananen. Drei plus sieben Bananen sind tatsächlich genauso viel wie zehn Bananen.